hallo und willkommen zurück teil 3 heute teil 3 plus 1 von dead island genau nicht vergessen mit einem 2 teil 3 los geht's tür aufmachen neugierig was hinter der tür ist nein also ich schon aber ach ne schnell reise bloß da kommen die leute aber wir haben durch ballern aber es bringt nicht viel los petten macht sie wo ist der andere bett ist der link weitergelaufen wirft die frage auf wie viel steuerberater basamira im kinder liegen ja steuerberater als zu liegen bitte war das war so nicht geplant und da was nun eigentlich das ist über die luft gegangen komische sache ein völlig unerklärlich ja exquisit ich habe das dem feuer gelugt aus dem feuer raus gelugt habe ich das dann ist mein ernst da ist sie schon das feuer beruhigt sich langsam ja alles gut hat doch im griff gibt mir eine sekunde ich bin profi bist du auch profi ich bin ich in den zombie gerade bei dir weil ich das ja stimmt du weißt das ja ich habe auch so lehnen in diesem spiel habe ich gar nicht sehr bedauerlich zudem wo rechts haben sie also zu also in der echten aber wenn sich aufmachen und einfach schnabulieren aber hier passiert gar nicht weil das ist ja es ist aber noch lecker nimmt das man ist ja schon effektvoll dieser nadel nagel überall liegt so los mit dir kommt noch was naja muss man hier kommen verwandt aber geht doch zack zack habe ich gleich herr was alles so hell die zähne lecker wir können immer kann sich welche neue holen ist doch schön ein geiler tun geiler tun warte 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 sehen wir auch in ratenschaften tunnel an aber erst mal bei sachen einiges ist auch wichtig ja naja und ich setze sicherung ein hier vorne würde ich sagen ja okay oder macht du hast mal kurz dann habe ich hatte sie nun auch schön habe ich doch nicht ja klar wie ein glühbirnchen leckeres glühbirnchen da haben wir nicht gerechnet was geil ist 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 wenn man die sache ist okay das hat kein katana aber es ist okay naja so jetzt aber lust jetzt aber los hilfe ja schon klar scheiße was ist dann da los auf sammeln geht nicht dann los wieder bei dir action was hat er dort was wieso nicht mehr lange hauble aber dass das war kein gut zu verlieren hier denn noch einer in deinem gesicht genau 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 auf ihn hollacht habe ich mich noch nicht frau m der jetzt aber in den geilen tonnen auch genau so steht am eigentlich nicht man muss aber sie mehr kraft und die haltbarkeit wird kann das denn sein ja ja ich ja genau was ich habe ich gehört auf die schaden noch eine von der sorte was er jetzt ach ein feuer mal machen ja nett das ist ja war angreifen wo sich vorzustellen die schweine ich lösche euch alle hier wasser 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 und das hat ihm nicht imponiert mal gut ja sagen ja okay ja das weiß ich weiß nicht was du schmeißt und achtung sagt ich sage ja achte muss total präzise bis es explodiert sein muss aber das andere schmeißer sich explodiert und sofort etwas macht ist klar hier müssen wir erst mal abstellen wasser 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 ist doch einer gewesen so ist nicht war ich der einzige wasser 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 marsch ich habe mir mal feuerwehrmann ich will feuerwehrmann werden ich will feuerwehrmann werden ja ich bin es geworden ich habe seinen traum gelebt er kann stolz auf mich sein kann man hier rechts lang da hast du mich was geheimes eine links ja auch noch was ein sei es diese karte wo ich bin viele ausgänge hier eine karte sei es muhamma ist verfolgt ich glaube für das erfolgte was bestimmt verfolgt ist eigentlich immer verfolgt dein fan club ist überall und diesen ziemlich was dazu was zum wieso alter ich lebe ich lebe doch ich war nicht tot mein leben haben sich gerade generiert was sollen das ich war nicht tot ja aber ich nicht verleben es war ein back ich war nicht tot das war aber es war auch explosion auf explosion wir das ist unglaublich trotzdem ich habe gerade ich habe mich ja regeneriert gehabt ich habe es war kein tod das zielte nicht das meine ist verhalten dass das fake anholt dass ich war nicht tot hat die alle gesehen mein leben regenerierten sich sie waren existent aber warte kurz ich habe eben meine neue karte überprüfen zack wo ist die denn hier geht es weiter nicht wollen wir nicht eine neue numen fähig kampfst du weiter der zwischenzeit ja freue ich mich sehr vorbildlich von dir ich dachte nicht dass da weiter geht ach so wo das max ist ein stampfen aus beim auftreffen ist ein schädelstamm verkraft vor der fusion aus moment ich überlegt habe ich rein die mann fähigkeit ich bin eigentlich nicht gut so gut so ja ich bin fertig hast die karte ausgerüstet gesammelt wenigstens welche wurde man davon gestorben ist aber eine karte so soll sogar hinlaufen ich habe mehrere neue karten aber ich weiß nicht ob sie alten sind erhältst einen moderaten zähigkeitsboost ist sie nicht voll ich verarscht sie hat gerufen help me der zombie und ich bin rein dabei ist explodiert so ein sausack das ist ja mal dreist ich habe warte ich habe gerade ein vampirismus vorteil entdeckt bauplan irgendwie durch das tötet vom zombie glaube ich in der herausforderung recht zombies töte habe ich eine chance dauer er etwas gesundheit zurückzuerlangen kann ich eine waffenmords rein satteln ok cool schön schön ja ich bin soweit ich komme du bist du hier nicht schon wie bei alt ist vertraut aus hier war nur ein bisschen ich bin doch weg zu dir nein du warst dich tot bis eben eben kurien geben sage ich doch also also ja bist du sicher ich schmeiße es erst mal macht dann die tür auf nicht geil ich habe uns verarscht ganz woanders das ist ja auch geil der spruchte aber elektrische strom faszinierend ja ich habe uns allen ständig überall aber tritt tritt aber meine leben wirklich gut meine leben wirklich gut ich habe zu neuer schlitterfähigkeit freigestellt das gibt aber jetzt sagt auf zack meine güte da kommt kann ich in der ganzen fähigkeiten hier ist der beweis ok siehst du jetzt haben die klippe stellt wo die drauf wo sehen wir dass ich nicht gestorben bin jawohl so muss drei angriffe elektrisieren von bis in der nähe habe ich ja nicht habe ich auch ich mache also man schreit ist ja doppelt gemobbelt wird von warte was sehe ich daraus ist die frage ich habe jetzt vier sachen ausgerüstet ich alle ganz gut finde das kann ich rausnehmen dafür also ich weiß ja was auch gemacht hat mit uns wie ich weiß ich hab doch schreit drin selbst blöd was kann anderes also der fähigkeit ist schlachtruf nicht schreien samir ich bin irritiert wieso ja ich meine streit zu verstärken an meinem schreit ich mache der heißt schlachtruf dass wir das als schrei verstecken jetzt schwierig das ausrüste das ist halt ein ausrufe zeichnis ach so der schrei ist im raserei modus sicherung klauen aber ich kriege sie nicht dann bringt es nicht wirklich viel öfterer ich bin da wer noch eine sicherung klauen das ist schön dann setzt irgendwo ein wo es sinnvoll ist zum beispiel dahinter weil ich jetzt wirklich erstmal hier andersrum weil hier ist eine falle zu auslösen hier kann man es entschärfen ich habe gerade sicherung passiert ach du schacke ich habe eine eingesammelt ja ich habe die aber ja da kann sich ja gebrauchen was hat sich so gebracht war lustig jetzt gut sein sie hat das ist überall noch fall übrigens ich will es mal gesagt haben alter alter alle wollen sonst füllen wir haben was geiles von was geiles kathare ok die sind ganz cool ich lange nicht gehabt kann ich austauschen gegen schwächer aber sind doch nicht aufgelöst kein wunder cool kathare tauschen aus gegen das da ja und sagst du auch nicht wie euch da wohl auf hey sind wir wasser tank verloren toll hatte garten wasser tanken ja gut für dich muss sich um eine sicherung eingesetzt werden oder was war ich ja alles durchgelaufen fehler vielleicht aber es egal links ja das werden sauber boden das war halt auch alles voller ekelzeugen war nicht völlig gut war nicht gut die idee letztlich kann mich jetzt wieder raus im guten abschützwillig leben hilfe samira sagt er ist doch leute guter situation retten nein aber wenn ich hier weiter machen bin ich gleich verraten wasser tanken holen problem ist direkt das wasser oder wasser muss das ist voller schaden zwei hatte ich aber dieses eu mal so ein ding rein keine wasser tanks ja cool das läuft natürlich dann nein das klingt gar nichts okay also ich mir überhaupt hat zu vergessen ist alles total quasi lava haut nicht hin naja es hat keine lava was ist halt das gleiche in grün im wahrsten sitte grün gelb grün kotze farben ja ja ich habe gesagt leben wieder voll aber schmerzen wieso also wegen wasserien geworfen war das war so nicht geplant eigentlich naja ein paar sachen aber ich konnte nicht immer da wurde auch komplett eklig war boden ist lava ja so ähnlich halt mal schreien bisschen heil nebenbei na scheiß büro shop hier glaube ich dir da müssen wir aber ich will das zeug gut was überall ist ja weil es ging mir wasser tanz und die beiden sind weg gespawnt wir müssen das wasser abziehen die punkte wasser tanz das muss ich mir unter das zeug das ist das problem weil was er kommt von oben raus das wird durchaus nicht weniger hier strom weg wäre schon gut ja das stück ist nicht so sehr weil der bodensfeld lava auch nicht prob aber er ist noch stromifiziert aber warst du da warst du warst du schon gewiss in der ecke nein wie denn auch naja rüber gelaufen im chemie wasser halt so entsprechend also social media dokumentiert sehr schön cool kann das ja läuft da freue ich schon hast recht cool ich probierter aus was du wirst du aus die ball es gibt alles ja ja hier alles sehr gut ja und hat sich gelohnt ist was verschlossen ist so wollen wir irgendwas für cool irgendwas verschlossen aber auch da musst du wieder rein mit schaden nehmen bescheuert hier kann ich stehen in ecke warte ich kann ja auch stimmen bin ich habe gar kein giftiges wasser aber ach so es ist echt nur der strom nämlich das wäre das wasser was wehtun würde es ist der strom ja okay ja dann alles halb so wild